Die Regel, die ich dir geben möchte, die ich in unzähligen Gesprächen mit reichsten Menschen der Welt immer wieder bestätigt gefunden habe. Hast du schon einmal beobachtet, wie glücklich Kinder sind? Und wie gestresst und schlecht gelaunt die meisten Erwachsenen durchs Leben gehen? Und kennst du den Hauptgrund? Na klar, die Kinder haben weniger Verpflichtungen. Aber weißt du, der Hauptgrund ist ein anderer. Kinder wollen ständig forschen. Sie wollen lernen, sie sind neugierig, sie wollen etwas untersuchen, sie wollen ihre Fähigkeiten verbessern. Und dabei gehen sie Abenteuer und Risiken ein. Und sie schonen sich nicht, die verausgaben sich, die halten nichts zurück. Man fragt sich, wo das Kind die ganze Energie hernimmt. Vielleicht stimmt es tatsächlich, dass Menschen viel mehr Energie haben, weil sie so leben, dass sie ihre Bedürfnisse erfüllen. Ihre Neugiere stillen, ihren Wunsch stärker zu werden, mehr auszuprobieren, erfüllen. Die meisten Erwachsenen, die haben aufgehört zu lernen und zu wachsen. Sie überlegen zwar, wie sie ihre Zeit bestmöglich nutzen können, aber glücklich sehen viele nicht aus. Meistens nicht. Der Grund ist ganz einfach. Wenn wir aufhören zu wachsen und zu lernen, dann wird unser Leben sinnlos und leer. Unerfüllte Bedürfnisse nehmen uns dann unsere Lebensfreude und rauben Energie. Lass das bitte nicht zu. Erweck wieder dieses Kind in dir. Als ich 16 Jahre alt war, mich entschieden, Deutschland zu verlassen und in die USA auszureisen. Mein Vater war gestorben, als ich 13 war. Und meine Mutter ist ziemlich depressiv geworden. Ich habe ihr versucht zu helfen, habe versucht, die Überweisungen zu schreiben, solche Dinge zu machen. Aber ich war noch zu jung, um diese Erwachsenenrolle zu übernehmen. Und als sie einfach weiter depressiv war, dann wollte ich weglaufen. Außerdem, das war der zweite Grund, wollte ich reich werden. Ich habe gehört, in den USA kann man reich werden. Also bin ich mit 16 weg. Und dann habe ich dort eine wirklich reiche Freundin gehabt. Das habe ich erst gar nicht gewusst. Ich habe die kennengelernt. Echt hübsch. Und habe mich verliebt. Sie hat sich auch in mich verliebt. Und als ich so das erste Mal bei ihr zu Hause war, da habe ich gedacht, da war richtig Geld. Aber die waren auch sehr diszipliniert. Meine Freundin musste Klavier spielen, jeden Tag üben und auch noch Geige. Außerdem war sie die Beste in der Klasse. Und sie war unfassbar hübsch. Und eines Tages sagte der Vater zu mir, Bodo, mein Name Bodo auf Englisch, Bodo, let's fly to New York. Lass uns mal nach New York fliegen. Und ja, natürlich. Und dann habe ich erfahren, dass die auch noch ein Flugzeug hatten. Und dann sind wir mit diesem kleinen Flugzeug nach New York geflogen, um den Opa von meiner Freundin zu besuchen. Und der Opa, der residierte, anders kann man das nicht nennen, in einem Wolkenkratzer. Und da hatte der sein Büro. Wir sind also irgendwo auf dem Flughafen gelandet, sind dann chauffiert worden bis zu diesem Wolkenkratzer. Durch, ich hatte das erste Mal gesehen, diese Aufzüge New York überhaupt, das haut dich um als 16-Jähriger. Und dann sind wir da hochgefahren, Private Elevator, also ein Aufzug nur für ihn, kommen in seinem Büro raus, durch das Sekretariat in Seins und fantastisch eingerichtet. Und hinter dem Schreibtisch von dem Opa stand nur ein Spruch eingerahmt. Wer acht Stunden arbeitet, stand da, hat keine Zeit, Geld zu verdienen. John D. Rockefeller. Lass das mal auf deiner Zunge zergehen. Wer acht Stunden arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu verdienen. Der Opa war offensichtlich so reich, dass ich meine Glaubenssysteme ins Purzeln gebracht habe. Da habe ich dann schon mal richtig zugehört, was dieser Mann mir zu sagen hat. Und ich sage dir ganz ehrlich, das meiste habe ich vergessen. Ich war einfach so völlig hin und weg. Aber dieser Spruch, der hat sich mir eingeprägt. Wer acht Stunden arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu verdienen. Was sollen wir dann machen? Wir haben doch immer gelernt, sei gut in der Schule, versuch gute Noten zu kriegen, mach einen guten Abschluss zu dir, mach eine Lehre, sonst was, krieg einen guten Job, spare was, besorg dir ein Häuschen oder eine Wohnung, hab Kinder, eine schöne Familie und dann bist du gut durchs Leben gekommen. Und irgendwie schwingt da immer mit und arbeite hart und arbeite hart und arbeite hart. Ich spreche nicht gegen hartes Arbeiten. Der Spruch sagt was anderes. Wer acht Stunden arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu verdienen. Also nochmal die Frage, was denn dann? Und die Regel, die ich dir geben möchte, ist die Regel, die ich in unzähligen Gesprächen mit reichsten Menschen der Welt immer wieder bestätigt gefunden habe. Teile deine Arbeitszeit ein in ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, also in drei Drittel. Eine Zeit, das erste Drittel, arbeitest du. Das zweite Drittel denkst du über deine Positionierung nach und das dritte Drittel, lernst du. Arbeiten, Positionierung, Marketing, lernen. Ja, jetzt muss doch eigentlich jemand viel mehr verdienen, der die ganze Zeit arbeitet. Der nicht nur acht Stunden arbeitet, sondern am besten zwölf als Selbstständiger. Wie die meisten Selbstständigen das machen. Wenn du mit einem Milliardär sprichst, und das ist manchmal gut, um einfach zu sehen, wie schauen die aus der Vogelperspektive, weißt du, die fliegen finanziell wirklich hoch, wie schauen die runter und sehen das ganze Bild. Ich habe mal ein Seminar gemacht, zwei Seminare sogar, aber eins, da hatte ich dieses Gespräch mit Sir Richard Branson. Wir waren in Kaunas, in Litauen, und wir hatten so 5000 Leute vor uns, und ich hatte die Möglichkeit, mit ihm länger zu sprechen, und hinterher haben wir noch den Abend zusammen verbracht, haben in so einem Dinner ewig zusammengesessen, und der Typ kann erzählen. Also der hat wirklich Charisma. Und ich habe ihn gefragt, wie er seine Arbeitszeit einteilt. Und dann sagt er dann, arbeiten, ist logisch, aber, und er nannte das jetzt nicht Positionierung, sondern er sagte dann, und dann überlege ich mir strategisch, wie richte ich das aus. Wo soll meine Firma hin, mit der ich mich gerade beschäftige? Er hatte damals 400 Firmen. Wo soll die, über die ich gerade nachdenke, wo soll die hin, was ich Positionierung denke? Und sagt er, und das Letzte ist, ich lerne immer. Ich lerne, ich lerne jeden Tag. Weißt du, Bodo, für mich ist es so, dass es mit einem Problem beginnt. Mit einem Problem beginnt, da kriegen die meisten Angst. Ja, sagt er, ich gucke einfach, was haben die Menschen in einem bestimmten Bereich ihres Lebens als Problem? Was haben die für ein Problem? Und dann überlege ich, kann ich dieses Problem lösen oder hat das schon ein anderer gelöst? Meistens ist es nicht so gut, also überlege ich, wie kann ich das besser machen? Und dann habe ich eine Firmenidee. Also er fängt mit Problemen an, die er für andere lösen will. Dadurch hat er selber aber auch Probleme. Sagt er, und da muss ich immer was lernen. Muss ich neue Leute kennenlernen? Muss ich über die Strategie nachdenken? Und wenn ich die Probleme dann, was ich gelernt habe, umsetzen will, dann arbeite ich ein bisschen. Und das vermischt sich bei mir. Er sagt, ich habe immer in etwa gleich viel von diesen drei Teilen in meinem ganzen Tag. Verstehst du, was ich meine? Ein Drittel arbeiten, ein Drittel positionieren, Marketing, ein Drittel lernen, K-L-U-W. Und ich höre schon den Aufschrei, wenn ich das sage, das geht in meinem Job nicht. Kannst du recht haben. Ich sage nicht, wir leben in einer idealen Welt. Es ist möglich, dass das in deinem Job nicht geht. Aber es gibt Jobs, da geht das. In unserer Firma zum Beispiel ist jeder Mitarbeiter gehalten, eine Stunde in der Arbeitszeit zu lernen. Eine Stunde. Das ist schon mal ein ganz guter Anfang. Und über die Positionierung nachzudenken. Weil ich einfach weiß, das sind die Mitarbeiter, die morgen noch viel, viel wertvoller sein werden. Also was ich dir empfehle ist, wenn du das jetzt nicht so umsetzen kannst von dem Drittel, 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 dann mach doch etwas ganz Einfaches. Überlege doch, dass du eine Stunde am Tag lernst. Und dass, wenn du das der Zeit gemacht hast, zusätzlich eine Stunde über Positionierung nachdenkst. Dir ein gutes Buch dazu kaufst, einen guten Kurs belegst, ein gutes Seminar, dass du Positionierung, es gibt drei Level von Positionierung, richtig verstehst. Denn wenn du wirklich dein Leben revolutionär verändern willst, dann ist das mit dem Drittel, Drittel, Drittel der einzig gangbare Weg. Und ich weiß, das sagen die meisten Menschen nicht. Die sagen, nö, geh mal ein Schrittchen weiter, ein Schrittchen weiter. Das ist alles gut und schön. Es ist besser, ein Schrittchen weiter zu gehen, als stehen zu bleiben. Aber du musst springen, wenn du wirklich deine Träume leben willst. Und dann brauchst du eine ganz andere Einteilung von deinem Tag, von deiner Arbeitszeit. Ein Drittel arbeiten, ein Drittel Positionierung, ein Drittel lernen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, mach aus deinem Leben ein Meisterwerk und werde der Beste, der du sein kannst. Dein Bodo